Applaus und Apfelsinen beim Alpha-Treff im Uni-Club Bonn. Gründerin des Monats Susanne Weisheit überzeugt durch spritzige Impulse. Viele Glückwünsche zur Auszeichnung als Alpha-Gründerin des Monats erhielt Susanne Weisheit am 25. Oktober 2016 für die Präsentation ihres Start-ups Rethinking Organizations. Wenn Unternehmen innerhalb des Unternehmens oder auch mit Geschäftspartnern Konflikte haben, dann kostet das Zeit, Nerven, Geld und im Zweifel die Geschäftsbeziehung. Engagieren die Unternehmen mich, dann geht es nicht vor Gericht. Anstatt vor Gericht und auch vor See sind sie in Gottes Hand, sind sie bei mir, erarbeiten ihre Lösungen selber mit sehr vielen Nutzen und sehr viel Win-Win für alle Beteiligten. Sie können die Geschäftsbeziehungen erfolgreich fortsetzen und anstelle Streitwertbezahlung bezahlen sie nach Stunden durch Zweigeteilt. Am Beispiel einer Orange beschrieb die Gründerin, wie es möglich ist, durch achtsames Miteinander wünschenswerte Ergebnisse zu erreichen. Denn diese Frucht kann im Idealfall nicht nur einmalig als Frucht verzehrt, als Saft gepresst oder zum Kuchenbacken genutzt werden, sondern um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen, auch geteilt werden. Alpha das Gründerforum hat mir geholfen, meine Alleinstellungsmerkmale ganz klar herauszuarbeiten, mich ganz klar auf meine Zielgruppe, nämlich kleine mittlere Unternehmen, aber auch Großunternehmen zu fokussieren und ganz klar herauszuarbeiten, welchen Mehrwert, welchen Nutzen kann ich den Unternehmen bieten als Wirtschaftsmediatorin mit dem Hintergrund der Wirtschaftsingenieurwesen, Doppelqualifikation. Die täglichen Herausforderungen als Projektmanagerin eines Versicherungskonzerns hatten Wirtschaftsingenieurin Susanne Weisheit auf die Idee gebracht, sich zusätzlich als Wirtschaftsmediatorin zu qualifizieren. So entwickelte sie ein Fünf-Stufen-Modell für konfliktfreie Kommunikation zwischen Abteilungen und Hierarchien. Das Ergebnis? Mehr Team-Spirit und ein optimaler Workflow. Mit ihrer Gründung von Rethinking Organizations erschließt Susanne Weisheit mittelständischen und großen Unternehmen attraktive Potenziale, ihre Projekt- und Prozessabläufe messbar erfolgreicher zu gestalten. Ein Win-Win für Mitarbeiter, Unternehmensleiter und Kunden zugleich. Mit Hilfe von ALFA dem Gründerforum ist ihr Wunschtraum als selbstständige Unternehmerin, als Expertin Mehrwerte zum Beispiel auch bei Veränderungsprozessen zu erschließen, für die ALFA-Gründerin des Monats Susanne Weisheit in 2016 in Wirklichkeit geworden. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus